Ein Träumchen bei diesem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe große Erwartungen an diese Partie, denn beide Mannschaften, die haben auf der Pressekonferenz jeweils gesagt, dass sie auf Sieg spielen wollen. Der Rasen ist in einem idealen Zustand. Das Stadion ist ausverkauft und mit den sehr angenehmen Temperaturen und dem wolkenlosen Himmel haben wir hier optimale Voraussetzungen für eine tolle Partie. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Can. Einfach mal nach vorne gedroschen. Chance für Eintrilt hat er richtig gut gemacht. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Maury. Maury gibt auf der linken Flanke richtig Gas. Der Angriff gar nicht so schlecht, aber dann doch am Verteidiger abgeprallt. Ein guter Ball und sie sind durch. Schuld verlagert. Großartig. Er bringt ihn. Ordentlich. Und da ist das 1 zu 0. Das ist wirklich großartig gemacht. Erst die Ballkontrolle und dann die Art und Weise, wie er sich den Ball vorlegt und dann zum Abschluss kommt. Das ist beeindruckend. 1 zu 0. Die Führung. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Offensichtlich haben sie die Anweisung, geduldig zu bleiben, trotz Rückstand. Und weg ist er. Can. Unterbindet diese Aktion kompromisslos. Brand. Ben Sabahini. Spielt den Ball genau dahin, wo es gefährlich werden kann. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Alea. Klasse Parade. Alea hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen, aber denkste. Der Keeper ist zur Stelle. Abschluss. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Oh, stark vom Ball getrennt. Gute Defensivarbeit des Gegners, gleichzeitig aber auch ein unausge... ...zu Null. Das ist wirklich großartig gemacht. Erst die Ballkontrolle und dann die Art und Weise, wie er sich den Ball vorlegt und dann zum Abschluss kommt. Das ist beeindruckend. Das ist die Ballkontrolle und dann zum Abschluss. 1 zu 0, die Führung. Damit dürfte sich das Spiel von jetzt an etwas spannender gestalten. Offensichtlich haben sie die Anweisung, geduldig zu bleiben, trotz Rückstand. Und weg ist er. Schan. Unterbindet diese Aktion kompromisslos. Brandt. Bensobaini. Spielt den Ball genau dahin, wo es gefährlich werden kann. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Aleja! Klasse Parade. Aleja hat da wahrscheinlich gedacht, der Keeper wäre schon geschlagen. Aber denkste. Der Keeper ist zur Stelle. Abschluss. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Oh, stark vom Ball getrennt. Gute Defensivarbeit des Gegners. Oh, stark vom Ball getrennt. Gute Defensivarbeit des Gegners. Gleichzeitig aber auch ein unausgegorener Spielaufbau. Fast logisch, dass sie nicht weiter nach vorne kommen, als bis zur Mitte des Spielfelds. Er versucht es. Und drin ist er. Ausgleich von Borussia Dortmund. Balleroberung. Schneller Konter. Konsequenter Abschluss. Genau so muss es gehen. Sie haben sich das vorgenommen. Und sie setzen es um. Wir sind auf Remikurs. Also, Pari, Pari. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer von den beiden mit diesem Unentschieden... Entschieden.